Was machst'n du, ey? Guck mal, der ist so leich, der kann sich an der Luft heben. Lass mich rein! Lass mich rein! Na, raus hier. Du wurdest gerufen. Ähm, was ist denn hier überhaupt los gerade? Ja, scheiße, du sprechst mir jetzt zwei Stunden lang und ich muss jetzt gleich wieder arbeiten. Der Hoffnung ist so gemütlich. Kaum holt Brian mal kurz Kohle, schon geht's los. Kam ja, dass ich zwangs Wacken Jacke bringt. Oh Mann, ey. Herr Rossi. Jo, wie heißt's denn, Tosk? Da unten ist ein Flecker-Bot, und wollte ich gerade kurz hier beobachten. Wieso? Arschbauer kriegt jeder. Aber sonst geht's euch gut her? Ja, natürlich. Aber sicher doch. Was machst'n du da unten? Arschbauer kriegt jeder. Ja, du auch? Ja. Ja, ja. Mach jetzt die Musik aus Spaß. Bitte. Ich kann nicht mich hören, die Musik ist so laut. Ja, ich hau dir gleich eine rein. Mach's gut. Mach's gut. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Ich kann die Ausladung kommen.